Musik 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 Wo kann ich jetzt? Musik Konten, starten, warten Ja Also ich bringe ein bisschen Nahrung auf jeden Fall mit Ach so aufgenommener Zeit? Ich habe siebzehn Minuten schon aufgenommen Ja ich splitte meinen Teil wieder So mach es eigentlich immer Wie lange machst du es? Meistens 15 Minuten Ja die 15 Minuten sind schon lange vorbei gell? Ja ich splitte die Splitten Ja Ach so nein der nimmt immer noch auf also Ich hab noch Zeit an Martin Ja mehr als 23 15 Minuten ist auch Habe ich halbe Stunde aufgenommen Okay 24 Ey laufen zu über die Hühner rum Ey ja hier bin ich wieder ähm So ähm Was wollten wir jetzt eigentlich machen? Ach Dennis was ich fragen wollte Ja Wirst du dir GTA für PC holen? Für PC? Ich weiß nicht ob das laufen Ohr 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 warte Shit Dominik Ich bin gestorben Ich hab's gesehen Mal zurückrennen Mal zurückrennen Aber wir Wir haben ja ähm Hier die Punkte gesetzt Ja So ich hab auch ein bisschen Nahrung schon gesammelt Hier sag mal hier ist ja auch die Timbermott drinnen Der Timbermott? Ja 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 ich weiß Hab ich ganz bewusst Ja jetzt weiß das Ich hab mir hier noch ein paar Samen dass wir dann später auch was zum Essen haben Ja Ja ich sag mal grad übes hier Fleisch Um Ja für übes hier Hühner rum Für die Hühner Für die Hühner Für die Hühner Epidemie Oh ich hab auch ein paar Samen Ich hab schon auch sogar paar Farb Passende an Name für dieser Aufnahme Welch die Wie denn zu deinem Video Keine Ahnung wo ich bin Ich hab die Pest fest mit Namen also Natürlich Minecraft, Tackett, Light Ähm natürlich zweite Ähm dann Heimisch das große Hungern Oh hier sind ein paar schöne Grafik Bugs Aber schon Also schon Keine Grafik Bugs So und dabei Ja ist ein schöner Grafik Bugs Sehöhlen Und und dies Okay dann hat dich eine Welt noch nicht richtig aufgebaut wahrscheinlich Ja doch eigentlich schon Hmm Tische bis voll laut bei mir Ich mach nicht mal Gott sei das So Rene sag mal was Hallo jetzt ist ein an ich nicht zu leise zu leute soll er ist bei dir die Zeit mal hallo man sagt alles die Kühle dort zwei hundert fünfzehn Meter Schmerzmann den und und 2 schützliche Schreck und die Dürmer Frau Schreiber zu Nein an kann aber auch die Ketten ein leute ich bin zu mir ich bin wieder zurück immer meine eltern drin und den anderen teil muss ich rausschneiden von daher tut es mir leid und jetzt weiß auch was die kästchen sind ich bin gerade damit rum so dass ein leute und ich bin wieder zurück eben muss ich wieder die aufnahme beenden denn auf f8 passiert das hier schon wieder gedrückt ja ich weiß dass gedrückt habe aber was passiert dann ja dann wenn du die Mauer wenn du sein den die Maus bewegst dann zärt es auch noch KM kommen wir haben Ölquellen hier gibt es Öl ja Coxys nicht dein Wasser und wieso in dem hier dein wasser links in dir ist doch schwarz das Öl wir brauchen unbedingt rubber was ist ein rubber das ist Gummi ah ok und damit können wir dann ein Jetpack bauen können wir dann Longvollboots bauen und so hör auf zu spoilern verfliegen so kleine Bitches was ich bin ein Mann die Liefee du bist du da an die Fee in einem Liefee werden sie sind jetzt hier so komische Kästchen der Erde drinnen Kästchen in der Erde ja erläutig werden kurz die Aufnahme bei der Schule da ist es hat nichts mit der F7 Tasse zu tun ich weiß warum es jetzt so komisch Kästchen in der Erde sind irgendwas läuft gerade gewaltig schief mit Minecraft ich weiß es nicht so ich setze mal an ich gucke mir dann dein Video an ja ja tausend Sachen zusammengeschnitten und Pipapo keine Ahnung alles zusammen so so ich sollte ich auch noch mal ein die Lernkunde haben weil die Lernbesitzung an einem am schneiden wenn er schneiden tut wie lange sie zu machen kommt drauf an wie viel ich schneiden muss also wenn es rück drauf ankommt sonst weil ich bin heute wie lange schätzt so etwa wie lange es dauern wird die Stunde die 10 schneide ich nicht also nicht das gleich ist sondern wenn es ja dann um fertig verändert das dauert dann immer so lang ja wenn dann das dauert immer noch um die Schraube eben gerendert also wir schneiden an sich für es scheint an sich wenn es richtig ordentlich wochen würde dort vielleicht auch so halbe Stunde oder so bei mir fünf Minuten okay nicht mal wenn der Nordhalt ich habe immer gerendert aber das muss ich nicht mehr machen weil ich jetzt hier kann ich pausieren ich kann ja auch pausieren ich kann ja auch pausieren und durch er pausieren muss halt nicht mehr als zwei Videos auf einmal zusammenschneiden weil vorher ging das ja nicht und dann muss ich halt das dann zusammenschneiden wenn das ein so ein Video werden soll so schlug jetzt auch mal eine Höhle wo auch aber erstmal ab die Zeit er ist auf der Karten mit so ein Haus Hausumriss ja also von meinem kleinen Bruder von Lukas also von wenn er zockert ja und um ja der hat da angefangen doch ich weiß nicht warum der jetzt hier nicht hat sich schon an mir 18 Uhr der müsste doch eigentlich noch um sein er möchte eigentlich noch nicht schlafen der Kleiner jetzt hat mein Bruder im Zimmers Licht angelassen ich werde zum Affen ey warte kurz ich beende kurz die Aufnahme wie du das erkennst so schön ey das ist so zusammengeschnitten alles warte mal äh 7 war das jetzt kannst du Videos auf wie lange sind die Videos bei dir immer? ja die Videos die sind bei mir meistens 15 Minuten lang weil länger kann ich machen dann sonst hau zu lange zum hochladen ich meine mal keine Ahnung halbe Stunde 14 Minuten eine Stunde weil wenn du es ja rein stellst sagt doch YouTube irgendwie äh du kannst keine auch so hohen Videos machen, gell? lange Videos und da musst du dann was klicken und so damit du es dann kannst wo bist du denn? ähm ich bin hier gerade in meiner Höhle Creeper wo sind die Höhle? da hinten wo die Fackel ist keine Ahnung warte mal aus der Hände ist ein Berg und da ganz oben da ist das Skelettscheid töten 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 also hier sind ein paar Fackeln drin was bist du dich? oh shit oh shit Höfer Höfer hat angegriffen nein das ruckelt wieder am Arsch Aua Aua ich habe Essen für dich kommen her nein die leute kult war wieder ich bin auch tot wo es sterben er hat den Bein sich vertreten das ist ein ein paar Kräfte sind drei Skilötze Prozent und der Späler ab Späler Späler hat mal ein er liegt aber ich habe ich habe ich bin im Mai abgeworfen Und die greift mich nicht an, die Spülle. Shit! Die greift mich alle nicht an, die greift alle nur dich an. Ich frag mich, warum Wasser so schiefläuft. Ja. Ich hab doch difficult... Ich hab die... Scheiße. Wart mal. Trink mal kurz. Die einfach wegbar, weißt du? Komma ja, ich kann dich eh nicht schlagen. Komma ja, BVP ist aus. Ey, wie das aussieht. Rrrr... 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 Kannst auch Wookie? Was kann ich? Ich spreche. Nein. Rrrr... da sind bestimmt keine Tinten Patronen ich bin ein U-Boot ich hatte jetzt zwei Packungen gekauft Labi Patronen ja ich weiß nicht wo sie sind normal sind die bei mir immer im Schrank weggetan habe ich sie nicht sprudel das da auch noch nicht ja auch nicht da unten ja auch nicht da unten das muss dann noch mal kundigen und diese Bündchen ich auf einmal kräftet nur Penis macht nicht wieder normal Hä, ich bin nachher mal runtergeflogen. Ey, ich flieg die ganze Zeit vom Server. Warum? Weil ich fliege. Weil du fliegst? Ja. Bist du Gay-Mod oder was? Bist du Gay-Mod? Gay. Nein! Ja. Wir erobern unsere Sachen wieder. Große Eroberung. Ah, shit. Sorry. Shit. Lol, wie sinnlos. Ich glaube, ich werde dich D-OPen. Wow, geil. Ich glaube, ich werde dich D-OPen. Scheiß Fliege. Ich habe so eine behinderte Fliege in meinem Zimmer, die stört voll. Das kenne ich zu gut. Die stört mich sogar beim Schlafen. Weißt du was? Die fliegen mir ins Gesicht, wenn ich schlafen möchte. Ah, shit. Ah, shit. Okay, ich glaube, ich bin zu weit gelaufen. Ja, bin ich. Alter, weißt du, wie ätzend das ist, wenn du ständig jemand reinkommst und du mitten in der Aufnahme bist? Nö. Das ist so was von ätzend. Und dann haben wir auch noch keine Lust, ständig die Aufnahme abzubrechen, weil es wirklich alle fünf Minuten ist. Und dann könnte es sich lassen, wenn man sagt, hör auf, in mein Zimmer zu kommen, wenn ich in der Aufnahme bin. Ficken! Und jetzt muss ich wieder den ganzen Scheiß ficken. Ich glaube, das war's mit der Aufnahme. Ich werde jetzt versuchen, meine Sachen wieder zu bekommen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis wieder. Er trägt mich das auf. Ich bin immer noch in der Aufnahme. Glaub ich zumindest. Sag mal, sind wir die auch so rote Striche in der Welt? Nein. Drück F7. Und dann? Drück F7. Mach ich doch! Oh, geht's weg! Nein! Habt's ich gesehen, du bist geflogen. Ja, ich hol meine Sachen wieder. Ich hab keinen Bock! Ich fang gleich an zu weinen, ganz ehrlich. Ehrlich, da liegen auch noch meine Sachen rum. Eine Ahnung, wo warst du denn? Am Anfang. Also links, du musst da reingehen und dann irgendwie nach links. Ich hole erst meine Sachen. Aber meine. Meine sind schneller eher da. Hier ist es floriert. Ja Leute, ich beende auch an der Stelle mal die Aufnahme, weil sonst wird's echt zu lang zum Schneiden nachher. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Ah, ich bin hier lang gegangen. Von Minecraft Tecke Teil 2. Auch wieder mit dem Dennis und vielleicht schon mit seinem kleinen Bruder dabei. Dann bedanke ich mich für das Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ach ja, und was ich immer vergessen habe, am Ende dieser Aufnahme zu sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert mich, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Genau. Und ihn auch. Und die Links von ihm und seinem Bruder sind natürlich in der Videobeschreibung. Wenn ich rausfinde, wie man die da reinmacht. Von den Cheater. Von den Cheater. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Von Let's Play Minecraft. Von Let's Play Minecraft. Tecke Teil 2. Und... Tecke Light. Tecke Light. Teil 2. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bye, bye. Bye. Bye.